recht herzlich willkommen zur 136 folge von towns ja wir sind hier am bauen wie man sieht wunderbar und ja dann lassen wir mal wieder laufen haben wir noch gar nicht genau ein schneller machen gucken mein keller was also los ist noch so das war noch keine neue etage ja was machen wir aber es ist ja sollten wir vielleicht hier ist noch zu entdecken oder obwohl es ist ja schon ja hin ist noch was da geht der helder obwohl schon relativ fortgeschritten könnte sein dass da nicht mehr ganz so viel ist okay wer dämpft da so problem ist und das jetzt ein sneaker blade aber locker geschafft oder kommen wir da noch mal rein aber sehen macht er doch nicht schade jetzt wieder wieder zurück oder da kommt der nächste vielleicht macht er was ne läuft auf der falschen stelle aber vielleicht sehen wir hinten was das geht ja auch da ist ein schweinchen jetzt wäre schön wenn er gleich da noch ein läuft da ist noch ein zweites okay das ist ein zyklop war das oder oder da geht es noch nach links und rechts weiter und jetzt wird es gleich ein bisschen knapp für ihn ich glaube wir lassen das mal langsamer laufen das ist zu schnell gewesen jetzt stirbt er oder er haut vorher ab weiß ich nicht er haut vorher ab und die anderen sind so langsam da macht das kein problem ne gut okay was haben wir denn hier silber wow wir können ja mal hier so ein bisschen herausarbeiten dann kann man da durchgehen zum beispiel machen wir mal wo macht es noch sinn hier vielleicht noch ja da kommen auch noch was sehen dann mal durcharbeiten das jetzt sinn macht oder nichts natürlich eine andere frage die beiden laufen da schon und da kommt jemand der ziemlich müde ist und wird jetzt wahrscheinlich sterben gehe ich von aus kriegt jetzt von zwei leuten eine mütze und da ist es passiert war einer daran mitgenommen das ist ja schon mal was na das mal gerade hier rein gucken wie sehr bin es 56 diese personen sind glücklich und zufrieden mit ihrer rüstung passt alles hier auch da ist auch alles okay hier sieht es auch gut aus die sind auch okay und da sieht es auch gut aus war jetzt nicht gedacht dass die alle was an haben hier sind zwei helden die jetzt so gegen laufen hier ist natürlich immer was was man vielleicht entdecken kann da wird auch was weg transportierten gestorbener hier hinter ist bestimmt noch was naja traut man sich nur nicht jetzt hier so anzupacken aber damals die kohle weg hier können wir natürlich auch arbeiten abarbeiten aber das auch weg hier wird nicht gepickt hat ist man das aber so mal gucken hier könnte noch ein gang sein der wiederum nach da geht oder hier ist auch noch nicht ganz frei was ist das sneaker hat ok läuft auch unter waffen bestimmt gut da ist durchgearbeitet da nicht hier sind noch ein gänger da geht auch noch was da laufen sogar noch welche rum gut da kommen welche da kommt auch jemand wo gehen die hin holen die was ab dieser holt jetzt hier bestimmt die größte die leuchtende kugel aber nimmt sie dann doch nicht mit oder lang zwei ne zwei sachen aufeinander geht glaube ich nicht hier unten läuft noch ein held guck mal wo der hingeht hier der kombo weg da weg hier ist noch was zu entdecken da ist noch ein gegner zu zweit und going easy und hier geht leider keiner lang aber wir können mal gerade ausgewählt da weg machen vielleicht geht dann einer mal irgendwann durch ja jetzt bestimmt auch was macht das mal weg und das kann auch mal abarbeiten mal gucken wie sich das dann da nachher zeigt so das auch weg ja komm wenn wir schon bei sind dann noch was richtig so hier noch die zwei alles gut schauen wir weiter läuft das war ja das was wir zuerst gemacht haben hat kein angepackt auch schöne ok ja ich würde hier mehr machen aber ja komm zack das war komplett noch weg weiß ich nicht ne machen wir mal so gut ok was da eine waffe und flammende wand ok schauen wir oben weiter wie weit sind die hier ok das sieht ja auch richtig gut aus ne dann würde ich mal sagen gehen wir da auf die mauern und bauen die weiter ein paar fehlen noch sachen aber im großen und ganzen läuft schon diese hier rüber darüber das nach da müsste eigentlich auch schon funktionieren da ist auch schon einer neben der tür fertig das geht also auch da da kann ich bis bis hinten hindurch ziehen das geht genauso wie das ja hier lass uns das noch mal abwarten irgendwo müssen sie auch hoch und runter so und hier ein stein fehlt dann noch vielleicht kommt mehr kommt nicht aber wir können hier noch dazu machen und das gleiche passiert hier geht auch die tür der stein darüber geht da auch hin und das mal so die seite funktioniert auch komplett geht geht noch da und da und dort da geht sogar ganz so so jetzt habe ich daneben geklickt ja ok haben wir wieder was ausgewählt und geht voran ne gut ok haben wir das gucken wir mal hier unten wie es da aussieht hier sind manche lager schon richtig voll hier ist auch viel dran ja wie sieht es denn hier aus wappen sind genug gesammelt da auch noch mal und hier schuhe sind da drin helme sind ein paar sachen drin also eigentlich muss keiner hier sein ohne rüstung und irgendwo hat es einen angriff gegeben jo das ist mal ein größerer angriff ne das sind ein paar mehr und das müsste in einer oberen etage sein oder kann man das jetzt noch mal irgendwo sehen da achte ebene ok ne ist doch nicht die obere das ist weiter unten ist das denn ist das denn das haben wir doch noch gar nicht entdeckt oder halt haben wir das schon entdeckt doch tatsächlich das ist eine zwischenetage gewesen alles klar da drunter haben wir ja auch noch was ok das hier sind gemeißelte dungeons und das andere ist eine höhle und da läuft einer von uns aber da geht er runter wo sind die dann hier jetzt kommt ein händler so weiter laufen ok lauter spinnen hier laufen auch noch ein paar andere rum und da geht die bewegung los ne ja einen toten haben wir gleich schon wie man sieht da kommt ein held aber der läuft vorbei oh da läuft einer ganz schnell das sind jetzt zwei das klappt noch ok das sind drei leute drei leute die spinnen gleich tot ne das geht ratzfatz oder keiner von uns gestorben doch da kommt jetzt ein held da kommt hilfe zwei leute noch mehr und jetzt haben wir schon wieder eine pause für einen angriff oder was ach der händler ist jetzt da hm was bringt er denn naja alle sachen die ich jetzt sagen würde muss ich nicht haben ne oder essen hm und der will auch essen haben ach ne oder snow cherries kaktus früchte die wäre noch interessant vielleicht so können ich glaube haben wir selber hier eier können wir auch selber alles selber ich weiß gar nicht ob wir diese cave mushrooms haben nehmen wir sie mal das pflanzen wir schon alles selber an die haben wir auch selber hm den nehmen wir noch mit und snow cherry pie nehmen wir noch mit und dafür kann er hier fünf stück sechs sieben haben 1 2 3 mehl vier ja da haben wir sonst nichts würde schon passieren ne das will ich nicht verkaufen ein apfel geht und eine birne geht auch komm das können wir alles selber wieder pflücken das ist alles gut zack fertig so läuft beziehungsweise jetzt läuft es wirklich hm da kommt noch jemand noch jemand ah ich glaube das hat sich ah leider noch eine zweite person gestorben ja gut kann ich alles haben ne noch jemand drei personen gestorben der angriff war nicht gut ja ok und jetzt sind nur noch die red slimes red slime ja wohl das sind was sind dann die anderen für schleime gewesen naja gut da wird weiter gebaut wie weit sind wir da sieht auch gar nicht so schlecht aus funktioniert können wir laufen lassen ne da läuft er ist auch niemand der da oben verhungert auch gut was wollen wir dann mehr ja der angriff war jetzt ein bisschen herbe finde ich ne aber ok ist halt so hier ah da haben wir die räume da ach hier müssten wir auch noch ja zurück zurück das ist schon weg da da oh wir sind ganz oben wir können nicht mehr höher ok das bedeutet wir müssen hier den Rest zubauen machen wir mal so machen wir mal so und so so hier passiert doppelt achso achso ja wir sind ganz oben aber wir sind hier bautechnisch da und dann geht es noch höher ok achso das ist weil da die Mauer vor ist ok sah jetzt so aus ne als ob da was nicht passt aber passt schon alles gut gut so 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 ich spiele jetzt in der Pause oder? sieht so aus ich ziehe grad diese Räume aber fertig so ich so dieses hier muss auch noch einer hin gut dann schauen wir nochmal noch ein Angriff und vier Spinnen naja das nix wildes Gut, aber ich sag mal, für die Folge soll es dann auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.